Guten Tag, Frau Niedert. Guten Tag, Frau Niedert. Guten Morgen, Herr Kreie. Oh, hallo. Darf ich fragen, was Sie da machen? Ich fotokopiere meine Geschlechtsteile. Aha, und wie genau machen Sie das? Eins nach dem anderen. Die Vorderseite habe ich schon, das war ganz schön ungemütlich. Und die Rückseite mache ich jetzt gerade. Und wenn ich fertig bin, dann packere ich beide Seiten zusammen und lasse der gesamten Belegschaft je ein Doppelblatt per Hauspost zustellen. Sagen Sie, sind Sie noch ganz sauber? Wissen Sie, wie viel Papier Sie da verschwenden? Für genau solche Fälle hat der Kopierer eine Doppelblattkopierfunktion. Da können Sie Ihren Penis auf die Vorder- und den Hintern auf die Rückseite des selben Blattes fotokopieren und sparen die Hälfte an Papier. Oh, das habe ich nicht gewusst. Ja, das sehe ich, Herr Kreie. Gerade von jemandem in Ihrer Position hätte ich ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl erwartet. Denken Sie an Ihre Vorbildfunktion, ok? Alles klar, Chefin. A5 hätte übrigens auch gereicht, zumindest für die Vorderseite. Schönen Tag noch. Tschüss, Frau Wille. A5.